Mein Name ist Richard Grünewald, ich bin Vincent, ich habe mir die Frage gestellt vor einigen Jahren, ob ich auf einen ökologischen Weinbau umsteigen soll und finde da ganz viele tolle Ideen. Das Problem für mich war aber, dass es einige Nachteile gibt, wie zum Beispiel einen schlechteren CO2-Fußabdruck, einen höheren Energieverbrauch und solche Dinge. Deshalb bin ich für meinen Betrieb zu dem Schluss gekommen, dass wir versuchen nachhaltig zu wirtschaften. Das hat zu 75 Prozent ganz, ganz große Ähnlichkeiten mit dem ökologischen Ansatz. Wir gehen aber in ein paar Punkten einen anderen Weg, um Energie oder CO2 einzusparen und deshalb finde ich in einem nachhaltigen Ansatz eine Möglichkeit, den ökologischen Gedanken weiterzuentwickeln, einige Dinge nicht so zu machen, andere Dinge dafür weiterzuentwickeln, um unter dem Strich die bessere Gesamtbilanz ökologisch, ökonomisch und sozial hinzubieten.